2 Heineken für 2,50 € und 1 Trick 2 überholen. Wir haben noch ein Handtuch. 1 Anwesend von 3,50 € und 2,50 € und 1,50 € und 1,50 €. Okay. 2 Vergesst. 2 Vergesst. Dürfen. 2. 2. 2. 2. 3. MOTIVATIONS-LOW ist gerade hier. Ja, ja, ja. Jetzt aber auch, ich bin mit. Das kennen wir ja auch nicht anders. Bisschen mehr Motivation. Ja, bitte. Ich zeig, was du drauf hast. Ja, manchmal. Das war ja fast gut. Und was kommt dann mal raus, wenn man das übt hat? War da eine Hässlichkeit? Oh je. Wahnsinn. Das ist der Erik, der geht grad. Er weiß auch warum. Der Erik führt ganz genau Buch über sein Studio. Watti, hau ab. Ähm. Also hier zum Beispiel. Produktionsbuch. Cubase benutzt er. Hier. Prostata. Programm alphabetisch. Echt super hier. Ich weiß nicht, was das soll. Und ja, hier. Das sind alles Eriks Akten sozusagen. Was ist mit dem los? Jo. Wir sind hier im Studio. Der Sahner den spielt jetzt seine Gitarre ein. Ich erzähle euch mal was zum Sound. Also wer den Sound vom zweiten Album mag. Der will den vielleicht auch ungefähr so haben. Vielleicht für daheim oder so. Und da. Also wir haben hier mit eingespielt. Harley Benton. Gitter, Gitterlede. Also, also echt geil. Ehr. Ich hab gehört. Ich kann mal Bilder machen. Wir machen mal eine Stellenprobe. Wir filmen die. Wir machen auch Fotos. Hier müsste auch noch ein bisschen Veneo passieren. Wir machen auch Fotos. Es ist ein kleines bisschen Freiheit. Wir tranken mit dem Teufel um. Das ist ein kleines bisschen. Über. Das ist ein kleines bisschen. Über. Über.